Hallo, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ihr werdet sicher diese Blumen kennen. Immer wieder ein Highlight zum Geburtstag. So eine Blume aus Plüsch mit einem Stiel, den kann man auch verbiegen. Und damit kann man das auch noch irgendwie ans Geschenk dran machen oder irgendwo drum wickeln. Also da ist ein fester Draht drin und ja, die kann man dann eben mit dazu dekorieren. Und das Besondere daran ist, dass hier im Blütenblatt ein Geburtstagslied versteckt ist. Lasst Blumen sprechen, musikalische Glückwunschblume. Happy Birthday to you. Ist eigentlich kein Spielzeug, steht hier drauf. Aber kann man glaube ich schon auch, sagen wir mal, ab drei Jahren problemlos mitspielen. Ich drücke mal drauf, damit ihr das Lied hört. Oh, es geht immer noch weiter. Ich wollte es einmal durchspielen lassen, aber jetzt... Ja, jetzt habt ihr gehört, so lange spielt es also einmal Happy Birthday to you. Und ja, ist eigentlich immer wieder witzig, so eine Blume. Die hier hat einen lächelnden Mund, blaue Augen und weiße Blütenblätter. Die gibt es aber noch in vielen anderen Farben, zum Beispiel Rot, Pink, Orange. Aber ich habe die auch schon wirklich in allen möglichen Farben gesehen. Gibt es auch immer so, ja, in so Kramläden, sag ich mal. Und die kann man immer relativ günstig kaufen. Sind ein schönes Geschenk. Und das Schöne ist, dass die auch so kuschelig sind. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Ob ihr vielleicht auch schon mal so eine geschenkt bekommen habt. Oder vielleicht schon mal verschenkt habt. Was ihr davon haltet, wie ihr die findet. Ja, habe ich ja schon gesagt. Und das Lied ist ja das gleiche, was auch immer in so Geburtstagsklappkarten ist. Also so von der Tonqualität. Da könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal so eine Geburtstagsklappkarte hattet. Die man so aufklappen kann. Und dann kommt da so ein Lied raus. Und wie ihr so eine dann auch findet. Also gerne alles in die Kommentare schreiben. Wenn ihr diese Blume auch so niedlich findet, dann könnt ihr ja dem Video einen Daumen nach oben geben. Und sonst schaut auch unsere anderen Videos. Wir haben wirklich sehr viel Spielzeug hier auf unserem Kanal. Wenn ihr ein Geschenk zum Geburtstag sucht, ist da ganz bestimmt was mit dabei. Und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!